Oh shit I show you Jetzt hol ich mich da raus Ich hol dich da raus, klar Ähm Warte, ach Ich hab ne Idee da... Oh cool, ich hab wirklich ne Idee Ich komm hier so nicht mehr raus Der ist schon am Limit, ja? Warte, natürlich Der muss jetzt sitzen Oh, warte Kann man auch im Schwimmen so ein Ding werfen? Ja Hahaha, ist ne eigentlich Warte, warte Kohler Ähm, warte, warte Das musst du hier nur weg Nicht funktionieren Tja Warte Oh shit Ähm Oh warte, alles gut So Tja 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 Oh Gott Ich hoffe auf deiner Seite kommen wir da raus Ah nein Ok, wir kriegen das Wasser jetzt weg Mit Fässern komm ich Wir holen den Sprengstoff. Wir müssen eigentlich nur hier weiter sprengen, weißt du? Ja. Und dabei nicht, dass wir den Vorkommen beschädigen. Aber wenn wir hier weiter... Vielleicht sollen wir einen zweiten Fahrstuhl bauen, oder? Welchen nehme ich denn? Den T-Flint? Das ist der, glaube ich, mit Zeitverzögerung. Das wäre ganz gut, ne? Aber ich muss dir da noch was sagen, oder? Ich nehme den Superflint. Wenn das schief geht und einer da unten landet, kommen wir da nicht mal raus. Ja, dann hängt es ja immer an, oder? Hast du dir schon einen zweiten Typen gekauft? Ja. Dann geht's ja noch. So, ich beobachte das Spektakel von dir. Von wo spreng ich aber jetzt? Kann man nicht so, so feil lassen? Ich weiß nicht. Den Kristall. Du musst sie hochwerfen. Und du musst diesen kleinen Vorsprung da wegmachen. Der unter dir. Aber er hat da rum zu planschen, du möchtest. Das ist so schön. Feil lassen. Nicht? Ach. Jut! Ah, jut! Oh, Mann. Oh, das ist so gut. Ja. Hast du dir nicht überlegt, wie du da gleich wieder hochkommst? Kann er den Weg gehen. Nein! Oh, guck, guck, der Lauf. Nein! Nein! Ich denke... Oh. Nein! Oh, nicht gut. Oh. Aber ich habe Dodo. Sie erkannt das. Ich lenke sie ab. Sie kaufen mir einen neuen. Nein! Sie werden sich auch erwischt. Aber mir tun sie nicht. Doch, mir tun sie was. Oh, nein. Kraft, ich werde sie weiter runter. Das gewinne. Ich glaube, ich habe sie abgehangen. Ich kann mit. Falls du einer nicht mehr hochkommst. War cool. Wollte ich sprengen. Fuck. Tatsächlich gibt es ihn nicht. So, das werden wir jetzt schon dann immer kritisch machen. Da brauchen wir tatsächlich einen Fahrstuhl. Aber wie kriegen wir da einen Fahrstuhl? Das ist zwar ein bisschen anders. Ja, da ist alles. Wir könnten den hier bauen und dann springen. Weißt du? Auf den Vorsprung wieder zurückspringen. Ich mache hier ein bisschen Platz. Das Wasser wird ja nur noch von Sand gehalten. Ja, wenn man das sprengt, fließt alles da weg. Hey, vielleicht können wir das Wasser mit der Säure mischen. Das könnte funktionieren. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Okay. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin auf die Bambusse. Oma, wer ist ein Oma? So. So, ich baue hier so einen Kanal. Ja? Okay. Und dann wird es erst ein Spur reingeschickt. What the fuck? Just going on, man. Just going on. Das Hauptproblem ist doch hier wieder hochzukommen. Das Hauptproblem ist das Wasser. Dann kann der Fahrstuhl nicht voll weit. So, du hast einen Schädel, ne? Der bringt auch voll viel Geld. Das ist gut. Ich habe den Schädel, Klocher. Ich verfolge weiterhin mein ehrgeiziges Ziel, die Säure zu mischen. Ja, ich mischte auch noch ein bisschen Öre rein, wo du schon dabei bist. Wir haben hier oben noch so ein kleines Mini-Reservoir. Das kann man sogar noch weiter auffällen, wenn man noch mehr Wasser, falls man noch mehr braucht. Das ist alles von Anfang an durchdacht. So. Hier kann nämlich das Wasser sich zuerst sammeln. Was ist das? Damit ich nicht ertrinken will. Ich kann gar nicht mehr so weit runter gucken. Moment. Okay. So, und da läuft es dann runter. Es darf Krojan nur nicht in die Säure fallen. So. Jetzt brauche ich einen Sprengstoff. Den finde ich nämlich hier. Siehst du das Spektakus, Uri? Ich weiß, ich kann mich dann weiter runterlaufen. Ich meine, so treffe ich die Decke? Ich glaube nicht. Vielleicht müsste ich es doch rechts machen. Was? Hier? Ne, du kommst auch nicht durch. Schon kritisch jetzt. Wir müssen das Wasser wegkriegen, wegen der Fahrstuhl. Im Prinzip müssen wir diesen Kristallstock hier wegkriegen, damit der Fahrstuhl dann auch durch kann. Ja, da musst du ja genau durch. Soll ich mal hier werfen? Kann man im Sprung werfen? Ne, aber du kannst von da, glaube ich, gut werfen. Kannst du so? Also, du könntest dich selbst ein bisschen treffen, aber das ist nicht schlimm. Fuck. So. Aber ich kann nicht rechnen. Ich habe einen neuen Plan. Ich nehme nämlich so ein Ding, was zeitverzögert sprengt. Und komme von oben. Und lasse das ins Wasser droppen. Hast du ein Kristall mitgenommen? Ne, ein Stein. Ich tausche hier rum. Das ist auch schon eine tricky Sache, ja. You guys, wie ist sie? Sie sind zufrieden, Karko. Oh nein. Nein. Fahrstuhrenne. Ich habe einen Plan. Ich habe einen ehrgeizigen Plan. Nein. Nein. Komm, hoch. Nein. Dude. Hoch. Oh mein Gott, war das. Und zwar, ich grab mich jetzt hier durch. So. Mit dem Fahrstuhl. Unter Wasser. Das geht nicht. Der ganz jünger Plan ist gescheitert. Konnte man Sprengstoff jetzt gerade runterfallen lassen? Ne, ne? Doch, geht. Entschuldigung. Dann ist das genial. Dann kannst du dich an den Fahrstuhl hängen. Genau, das ist mein Plan. Und mit Witzen. So, ich brauche... Tiflint. Steigen Sie ein. Lässt sich hier schon raus. Nice. Ja, nice. So. Madame et Monsieur. Horstin. Horstin. Indeed. In die Leiche. Wurde angesprochen. So, davon können wir uns einige leisten. Von diesen Sprengstoffdingern. Sprengen wir uns da einfach durch, will ich sagen. Ja, warte, ich ziehe die Fahrstuhl nochmal. Wenn ich jetzt ausgehe, wandern. Nein. Bleib einfach immer auf dem Vorschwung. Ich komm nicht hoch. Nein. Gibt es nicht so einen Stärgelder? Terraflint. Ne, das ist nicht gut. Das kann man danach machen, weil man in dem Sand, der ist so cool an. Das ruhig nicht. Aber ich könnte mal einen Superflint nehmen. Okay. Der wird wohl nicht am Wasser... ...explorieren, ne? Ich denke nicht. Hey, wie ist das jetzt passiert? Der Dude. So, gehen wir lieber mal tiefer runter. So. Schnelle Weine. Wow. Nice. Ah ja. So, ich nehme jetzt direkt mal einen Terraflint. Setz den so ein bisschen versetzt. Kostet 30. Ja, das müssen wir mal ausprobieren. Kann man mal mitnehmen. Ich meine, es ist auch nicht unmöglich, wieder ein bisschen Gold zu beschaffen, wenn es einmal... Eben. Ich blöde dich voll lassen, das ist ja... Ein bisschen weiter rechts, ne? Jo. Weil das... Den kleinen Vorsprung da, kriege ich mal mit dem Fahrschild dann dauernd. So, das müsste klappen. Dann sehen wir es auch besser. Ja. Der ist schon los. Woo, woo. Wow. Wow. Es mischt sich, ja. Der Plan hat funktioniert. Oh nein. Jetzt kriege ich auch keinen. Woo. Vielen Dank.